Hallöchen! Guten Tag! So, bevor es jetzt hier nie weitergeht, kein Gelaber, sondern los geht's. Wir wollten dieses Blockfall-Ding machen. Ja genau, Story. Alter, wir hatten jetzt Probleme ohne Ende. Ja. So, Blockfall Nummer 1. Skillen wir mal gegeneinander. Mal sehen, ob es klappt. Ja. Wenn es überhaupt geht, ne? Suche nach geeigneten Spielern, die beitreten möchten. Nein, das habe ich doch ausgehakt. Hört ihr auf? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich habe doch extra den Haken gesetzt, dass nicht jeder Depp rein kann. Mir reicht ein Depp. Ja. Vollkommen. Oder eine Deppine. Hallo. Ich will spielen. Na endlich. So, weh, du bist weg. Dann bin ich dir stinkend beleidigt. Ja, du bist weg. War? Echt? Ja. Ah, nee, doch nicht. Dann können wir ja doch zocken. Nein, verklickt. Ja, hier kann man irgendwie nie so viel quatschen. Also, ich zumindest nie, weil, äh... Weil man echt hoch konzentriert sein muss bei der ganzen Sache. Nicht, dass man sich hier echt verdrückt. Nein, wie ich jetzt. Nein! Nein. Das ist voll mies. Hallo? Warten los. Will wieder nie. Will wieder nicht. Ah, komm. Ah, nee. Und dann verdrücke ich mich gleich nochmal. Nein. Und nochmal. Nein. Jetzt wirst du mich auf dem Schluss noch überholen. Nein. Jetzt hast du mich wirklich noch überholt im letzten Atemzug. Nein. Nein. Scheiße. Und dann stehe ich mir so selber im Weg. Revanche? Oder willst du das Nächste? Naja, es laggt übelst. Also, wir können es versuchen, aber... Also, das Nächste? Ja. Ja. Okay, dann versuchen wir das Nächste. Vielleicht laggt es ein bisschen weniger. Hoffen wir mal. Inständig. Ach so, scheiße. Jetzt habe ich erneut spielen gedrückt. Naja, dann ist es halt jetzt so. So. Drei. Zwei. Eins. Go. Hä? Warten. Du hörst dich so angepümmelt an. Ah, ja. Alter, wie still, dass wir hier werden. Ja. Ist aber schon übel. Es geht aber echt gerade nicht anders. Nee. Da will jeder siegen. Das muss man nachsehen. Oh. Hast du dich schon wieder verdrückt? Nee, eigentlich nicht. Aber die Leitung nimmt manchmal nicht alles an. Kommt mir bald so vor. Ach so. Das war jetzt wirklich verdrückt. Ah, okay. Alter, was soll denn da? Ich habe mich bis jetzt kein einziges Mal verdrückt. Schön. Boah, krass. Was ich da zum Schluss noch rausgedonnert habe. Hahaha. Übel. So. Ja, das ist natürlich blöd mit den Legs. Ja. Die besten Liste ist halt blöd, weil man da nicht punktemäßig, naja, fortsetzen. Eins haben wir ja noch. Genau. Dann brauchen wir jede Taste. Dann lernt man zumindest den Controller kennen. Naja, das habe ich so schon mittlerweile. Naja, aber dann kann man es halt schnell, ne? Let. Ah, okay. Let. Er ist hier. Er ist hier, ja. Super Blockfall. Super Blockfall? Ja, dann tun wir mal Super Blockfallen. Ja. Mal sehen, ob es jetzt klappen sollte oder nicht. So. Suche nach geeigneten Spielern, die beitreten. Nein. Was soll die Kacke? Du sollst hier kein... Die aufregen einfach machen. Naja. Solange unsere Leitung sitzt. Wo sitzt sie denn? Quatsch nie. Mach einfach. Mach. Noch nicht genug. Blablabla. Was? Drücke die Tasten auf dem Wireless Controller. Ja, wir wissen. Ja, komm. Halt die Fresse. Eins. Go. So. Ja. Ach, das ist doch zum Kotzen. Hängt deine Verbindung schon wieder? Naja, ich drücke das und dann wird es trotzdem hier angenommen. Das finde ich albern. Das ist schon doof. Scheiße. Verdrückt. 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 So. Jetzt kommt hier ein Dreieck auch noch um die Ecke. Nein. Verdrückt. Aber total. Das Dreieck ist fies. Naja. Man ist es halt nicht mal gewohnt. Ja, genau. Weil man die ganze Zeit keinen Dreieck braucht. Jetzt kommt auch noch so ein beschissenes Viereck. Ja. So. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ja, nee. Drücke ich greif schon. Nein. Äh. Ich will dir keine Nachricht schreiben. Äh. Hui, schon wieder besser als du. Schön für dich. Gut, ab ins letzte Level jetzt hier, dass wir vielleicht diese, das erste, die erste Welt abschließen können. Ja, die erste Welt in sich und so. Aktuell liegt das auch ganz gut. Ja, es läuft eigentlich auch recht gut. Bis auf das eine Schwingding hier. Ja. Aber wie gesagt, das macht sich, wo beim Offscreen war, glaube ich, mal ein Level mit Schwingding durchgemacht. Das macht sie lokal leider ein bisschen besser. So eine Latenz, wenn es bloß 2 Millisekunden sind, irgendwie merkt man das. Aber egal. Ja, das haben wir natürlich beide und das kennt man einfach. Ja. Eher natürlich noch ein bisschen mehr als ich, aber naja. Keck mal schon hin. Da müssten wir schon an einer Playstation sitzen. Genau. Und das ist uns halt natürlich nicht möglich. Nicht unbedingt. Nee, wir wohnen ja nicht unbedingt unbedingt so in der Nähe. Gut. So. Das ist meine beste Kreativation. Bis siegese und wir werden die Mitglieder der Allianz. Okay. Bisher war ich nachsichtig mit dir, aber das ist jetzt vorbei. Dir steht eine begrenzte Anzahl an Versuchen zur Verfügung, bevor du erneut anfangen musst. Viel Glück, Sackding. Okay. Boing. Das überleben wir doch. Das sind doch gute Leute. So. Ich hänge. Ich hänge hier mal. Wenn ihr auf der anderen Seite irgendwas? Keine Ahnung. Hier ist ein Sack. Nee, da ist nichts. Großer, nee. Nee. So. Naja, sammel nur alle Wubbels ein. Hast du schon recht. Äh, da ist ein Hebel. Äh, da ist ein Hebel. Ich gehe rechts. Ah, okay. Ah. Dann gehe ich links. Du musst nur alle roten Lichter auf grün schalten. Okay. Klingt eigentlich einfach, aber bin ich ja noch. Was? Aber da bin ja noch ich. Haha. Oh. Super. So, dann schalten wir mal. Wie schalten wir die auf? Grün? Hä? Hier, halt die einfach gleich fest. Uah. So, nochmal nächsten auf grün. Sehr schön. Okay. Jetzt werden sie wieder rot. Habe ich wieder auf grün. Ja, warte. Ich komme schon rüber. So, ist auf grün. Oh, fuck. Okay, jetzt muss ich hier hoch. Ja, das wollte ich gerade machen, aber wem war diese Walze im Weg? Ja, ich habe schon gemacht. Noch irgendwo ein grün? Nee, es schaltet schon weiter. So, Gleitrücken. Zieh Gleit dran. Ach so, ja. Ich hänge dran. So. So, was ist jetzt los? Oh. Die Kralle. Ah, die hole ich mir auch noch schnell. Und werden wieder rot, oder was? Oh, nee. Ich wurde niedergesetzt. So, habe gleich wieder dran gezogen. So, ich habe es erwischt. Oh, da ist noch ein Schalter in der Mitte. Ja, den habe ich gerade versucht zu kriegen. Ah. Ah, super. Du hast echt kurz einen Prozess mit mir gemacht. Puh. Halt mich bei der Zeremonie. Was? Halt mich bei der... Na, das ist doch nicht. Ja, wenn er wegläuft, ist er selber schuld. Ja. Dann will er nicht angehört werden. Ach, warst du schon? Schön. Das war ja... Einfach. Oh. Ich hänge hier. Oh. So. Oh. Ich habe eine Trophäe eingerichtet. Was? Wir haben ein paar Trophäen gekriegt. Wieso denn das? Ja, weil wir das fertig haben. Nee. Ach so, die habe ich ja schon. Ha, ha, ha. So. Ähm, ja. Ich sage mal, fortsetzen. Ja. Läuft. Irgendwie. Oder auch nicht. Wir schauen uns noch die Filmchen an und dann ist die Folge bestimmt auch schon wieder beendet heute. Ach so, wir haben heute noch Filmchen. Was? Vögelchen? Filmchen. Filmchen, ja. Du bist in der Allianz. Yay. Willst du dich grüßen, liebes Topass. Willkommen im Karacho-Club. Karacho-Club? Wirklich? Sieh mal dort, sagt Ding. Wir müssen zu Victoria vom Battersfield. Sie hat uns eine Sackpot-Armee gebaut. Eine Sackpot-Armee. Lass uns vorerstes, du erfrichtigen Rass. Hopp, 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 galopp. Okay. Ich sage mal, fortsetzen. Okay. Bist du noch in der Zwischensequenz? Nö, aber irgendwie hängt es wieder. Ach so. Ah, jetzt lädt es. Endlich. Ah, okay. Ja, ich habe hier noch nicht alles gemacht und so, weil ich keine Resonanz von dir hatte. Jaja. So, da Vinci sind wir mit 91% in dem Gesamten durch. Naja, das kriegt man schon irgendwann hin. Joa. Und beim nächsten Mal kommen wir dann hierhin zur temperamentvollen Bäckerin. Joa. Ja. Joa. Gut. Dann bedanken wir fürs Zuschauen für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.